Öffnen Sie Ihre PowerPoint-Präsentation und achten Sie darauf, dass die Add-in-Symbolleiste am oberen Rand sichtbar ist. Klicken Sie dann auf den roten Aufnahmeknopf. Die Präsentation wird gestartet, die Aufnahme ist jedoch noch pausiert. In der unteren rechten Bildschirmecke erscheint der folgende Dialog. Da die Aufnahme noch pausiert ist, kann ich noch einmal die Audio-Einstellungen überprüfen und bei Bedarf die Lautstärke anpassen. Außerdem kann ich mir noch einmal die Tastaturbefehle zum Unterbrechen und Beenden der Aufnahme anschauen. Wenn Sie bereit sind, starten Sie die Aufnahme. Jetzt können Sie Ihre PowerPoint-Präsentation ganz wie gewohnt durchgehen. Camtasia Studio nimmt dabei alles auf, was auf Ihrem Bildschirm zu sehen ist und was Sie ins Mikrofon sprechen. Wenn Sie am Ende der Präsentation angelangt sind, werden Sie aufgefordert, die Aufnahme zu beenden oder fortzusetzen. Sie können die Aufnahme fortsetzen, um Inhalte anzuzeigen, die nicht Bestandteil Ihrer Präsentation sind, zum Beispiel weitere Bilder, ein Video oder eine Webseite. In diesem Beispiel werden wir die Aufnahme jedoch beenden. Wählen Sie einen Speicherort für die Aufnahme auf Ihrem Computer aus. Legen Sie dafür möglichst einen neuen Ordner an, in dem Sie Ihr Projekt verwalten können. Geben Sie Ihrer Aufnahme einen Namen und klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie die Aufnahme nicht weiter bearbeiten wollen, klicken Sie auf die Option Ihre Aufnahme zu produzieren. Damit starten Sie den Produktionsassistenten von Camtasia Studio und Sie können ein Dateiformat auswählen, in dem Sie Ihr Video produzieren möchten. In diesem Beispiel wollen wir aber einige Funktionen kennenlernen, mit denen wir das Video in Camtasia Studio bearbeiten und verbessern können. Deshalb wählen wir Bearbeiten und klicken auf OK. Die als Cambrick-Datei gespeicherte Aufnahme wird in Camtasia Studio geöffnet. Wenn Ihre PowerPoint-Präsentation Notizen enthält, können Sie diese automatisch importieren und als Beschriftungen verwenden. Unsere Beispielpräsentation enthält jedoch keine Notizen und deshalb wählen wir hier Nein. Die Aufnahme wird im Clip-Auswahlfenster platziert und auf der Timeline zum Bearbeiten geöffnet. Sie haben nun gesehen, wie Sie eine PowerPoint-Präsentation aufnehmen können. In der nächsten Lektion unserer Reihe erfahren Sie, wie Sie die Bearbeitungsabmessungen festlegen und Camtasia-Projekte speichern. Bis dann. Tschüss. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020